ja moin moin hier ist wieder euer robin für euch ja fmrp ist leider geschichte heute neu beginn auf good old warplay ein server den habe ich gesehen und habe gedacht das könnte doch was für robin tv sein mein charakter habe ich schon erstellt kleines bädchen jetzt müssen wir mal schauen ich habe schon mal kurz rein geschaut und jetzt mal schauen was daraus wird muss sagen der erste eindruck war richtig gut deswegen ihr seht 9 21 8 9 wir beginnen hier bei good old am flughafen und ja ich bin mal gespannt was auf dem server so passiert ob wir wieder 200 folgen schaffen wie auf fmrp oder ob der server so gar nichts für mich ist so wenn wir ankommen kann man sich auch hier ich glaube wenn wir so anfangen ich glaube das ist nicht gut dann schauen wir mal was der kollege hat ein smartphone okay warum habe ich nicht genug geld ich habe das 225.000 startguthaben bekommen aber okay das heißt ich denke mal wir werden hier erst zum rtm müssen wir haben 25.000 startguthaben robin von sauerstein ich hätte das erst groß machen müssen aber ich nehme jetzt erst mal 2500 mit auszahlen jetzt können wir uns wahrscheinlich auch das handy kaufen so bei und powerbank sehr schön so jetzt schauen wir mal so jetzt schauen wir mal whatsapp banking ok konnte schon 22.500 unbezahlt ist natürlich nicht ja sehr schön gut dann haben wir den ersten schritt schon mal getan laufen wir einmal hier durch den scanner die pachas mal schauen welche flüge heute so raus gehen palito bay palito bay ok steht da drüben das gleiche ich gehe mal davon aus dass da drüben das gleiche steht ich gehe mal davon aus dass da drüben das gleiche steht ok gut dann wissen wir das auch schon so paul bank sehr schön dann schauen wir mal dann schauen wir mal die karte die karte die kennen wir ja dass wir erst mal sagen richtung würfelplatz fahren muss ich mich erst mal dran gewöhnen das ist downtown arbeitsagentur dass wir jetzt erst mal dorthin fahren dann schauen wir mal dann schauen wir mal die autobahn naja ok wahrscheinlich nicht der beste einstieg aber was ich gerade sehe es fahren es fahren keine npcs ich verstehe auch nicht warum warum da oben nicht verbunden steht ich denke mal das kriegen wir schon irgendwie raus ich könnte mir ja meine kommentare schreiben was sie so hiervon haltet ich fahr mal auf dem fahrrad weg ich fahr mal auf dem fahrrad weg aber wenn ich nicht verbunden wäre wenn ich nicht verbunden wäre bei team speak bin ich auf jeden fall im charakter und nicht auf dem test server so jetzt müssen wir hier rechts runter und hier links ist der 24 7 ok mal schauen pizza ich nehme jetzt erstmal 4 mit bei 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 so inventar wasser viermal pizza sehr schön springen wir uns mal drauf das sind häuser los hasten aus customs ok anleger arbeitsand autohändler bank bean machine bowling bus shop fahrschule fahrschule freitparkpark das wird am pier sein handy laden handy laden händler juwelier mhm 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 tennis 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 ok das ist der autohändler aber früher war der hotspot immer hier gritty way ne stopp mal ich muss jetzt ein bisschen umdenken das ist hier 200 drehen wir mal eben um das müsste ja hier links eigentlich der würfelpack sein oder da ist pdm ok und eigentlich müsste da vorne ja der würfelplatz sein oder da links ist nämlich der altbekannte parkplatz soziale für 550 dollar ok get ready for phone charge ok ich muss sagen das sieht doch mal gut aus also ok könnt ihr euch noch daran erinnern nicht überlegen vor uns das alte doj jetzt die frage ist das hier der würfelplatz da vorne ist der parkplatz schön mit der brücke ja da würde ich doch gar nicht hoch ich muss sagen das gefällt mir mal gar nicht so schlecht spielplatz lagerfeuer sehr schön dann hier der adler schauen wir mal was da vorne ist müsste police station sein eigentlich links ist ein parkplatz ok fahren wir mal kurz auf die andere seite ach das ist ls motors ok polizei mal gucken ls pd 1,3 kilometer aber der erste eindruck scheint doch gut zu sein also das ist ein ja sehr schön ja sehr schön ich bin nämlich gerade auch ein bisschen überfragt ich muss mal einmal kurz raus tappen ich muss mal einmal kurz raus tappen ok offiziell sagt er mir ich bin noch am flughafen ok ja weil da steht nämlich nicht verbunden da kann ich doch hier lang fahren so ich werde jetzt einmal kurz auf fahren zum police station und ja und dann geht die folge auch schon wieder 20 minuten und dann geht die folge auch schon wieder 20 minuten jetzt mal schauen wie es ls pd hier aussieht ich finde das aber auch schön dass es realistisch ist wie man den berg hoch fährt ist w w w w w so dann schauen wir mal das ist also das ls pd ok gut da würde würde ich sagen ciao mit vor robin und das war folge 1 hier auf gut old tschüss